Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren grandiosen Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind jetzt hier unterwegs. Ihr seht es, wir haben den Bogen beim letzten Mal bekommen. Müssen jetzt diese Puppen abschießen. Müssen unseren Pfeil in der Puppe versenken. Sind wir im Club? Ne, wir sind nicht im Club. Okay, gut, wir sind hier im Last of Us. Okay, Freunde, wie immer natürlich dickes Dankeschön erstmal an alle aktiven Supporter. Schließt euch gerne an, auf Instagram auch, auf Twitter. Folgt mir da gerne, seid gerne dabei. Seid auch gerne mal bei einem Stream dabei, auf Twitch. Alles in der Videobeschreibung verlinkt, genauso wie meinem Partner Instant Gaming. Läuft ein Gewinnspiel, wo ihr mitmachen könnt. Da gibt es Guthaben, günstig, Games, günstig. Alles in der Videobeschreibung. Freunde, und bewertet dieses Video. Und das schützt es, wäre auf jeden Fall eine feine, ehrenhafte Sache. Und jetzt machen wir mal, zack, Alter. Und zack. Kann ich schon die Luft anhalten? Ne, aber noch nicht. Ich hab's noch drauf. Ja. Natürlich. Es ist Sorbulas. Du Gespast. Ich mach dich platt. Äh, ne, scheiße, jetzt hab ich's verkackt. Ich wollte gerade wieder übelst rhymen, damit ihr wieder am Start seid. So, let's go. Oh ja, direkt, direkt in ein Gebiet rein, wo wir das schön nutzen können. Ja, mein Eindringling. Ein Mädchen. War sie hier? Nein, aber dieser Kerl ist hier irgendwo. Ach, scheiße. Wir suchen zwei. Wo kommt dieser Rauch her? Er hat einen Truck hochgejagt. Wie konnte das passieren? Jetzt finden Sie... Wer sieht mich denn, Alter? Die sind doch mit dem Rücken zu mir gedreht. Was sind die Eindringlinge? Scheiße. Ey, diese... Wer sieht mich denn jetzt mal ernsthaft? Die sind doch alle mit dem Rücken zu mir gedreht. Boah, das hat mich voll nervös gemacht. Deswegen hab ich daneben geballert. Und weil ich dich getroffen hab, hab ich daneben geballert. Hat der Hund nicht gesehen, oder was? Nee. Oh Gott. Schlecht. Okay, richtig schlecht. Ich weiß nicht, wer mich die ganze Zeit sieht, ey. Ihr hört ja auch das Geräusch. Wer sieht mich denn da? Ich seh keinen. Da hinten lief noch einer, aber... Boah, das macht mich voll nervös gerade. Erstmal wieder rein spielen. Let's go. Alles läuft nach Plan. Stealth, Master, schlägt die... wieder zu gut. Weil jetzt müsste mich doch auch jemand sehen. Wo seid ihr, Schweine? Wo seid ihr, miesen Schweine? Pony's... Juckt die auch gar nicht. Ach, scheiße. Das war jetzt doch zu laut. Das war jetzt doch ein bisschen zu laut, Freunde. Ich glaube, das kam von da drüben. Alter. Sieht mich? Sieht mich? Sieht mich? Sieht mich? Oh! Wie viel auf mich einschlagen plötzlich? Hallo? Darf ich auch mal schießen? Nein, 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 nein. Hochlaufen, 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 hochlaufen. Hochlaufen, hochlaufen. Ja, legst du doch halt ab, wa? Ach, diese Schockbombe, ey. Hochlaufen, 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 hochlaufen. Oh! 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 Oh, shit! Jetzt bin ich schuld. Nein, nein! Oh! Oh! Nein, nein! Ja, bin ich... Ich glaube, jetzt bin ich wirklich am Arsch. Ja, jetzt bin ich wirklich am Arsch. Jetzt habe ich sie übertrieben. Scheiße, Mann! Ich bin schlecht! Ich bin schlecht! Ich bin schlecht! Das war jetzt zu viel. Ich habe nicht... Ah! Ich habe das Fenster nicht gesehen. Ich habe das Fenster nicht gesehen. Scheiße, Mann! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ach, egal. Kein Problem. Wir dürfen hier nochmal komplett anfangen. Ne, okay, gut, gut. Ist okay. Ach, Freunde. Das war jetzt wirklich zu viel. Das ist gut. Jetzt dachte ich wirklich, ich bin Rambo. Rambo 3000. Aber... Ähm... Jetzt habe ich auch schlecht runter geschwillt. Da war ich schlecht runter geschwillt, muss man sagen. Gut. Weil ich einfach mit dem Pfeil... Äh... Mit Pfeil und Bogen so oft daneben geschossen habe. Junge. Gut. Ach Mann! Ach, Mann! Das Abstechen dauert einfach viel zu lange, man. Das dauert einfach viel zu lange, man. Ach, hier ist ja einfach das Pferd auf der Ebene. Okay. Ich dachte, die wären über das Dach gekommen, Alter. Ich hab das ja voll falsch eingeschätzt. Kann man mich hier abfacken? Ja, kann man. Ist hier gerade jemand aufs Dach gekommen? Die können ja von überall kommen, man. Oh Gott, mein Aim. Was ist denn hier los, Alter? Gott, was ist denn hier los? Holy shit! Oh, scheiße! Let's go! Jetzt lauf! Ich kann nicht laufen. Raus aus dem Feuer! Oh mein Gott, ich verschwende gerade alles. Ich sag's euch so, wie es ist, war? Ich hab einfach keinen Bock auf Stealthy, Stealthy, Melfy. Ich hab gerade einfach keinen Bock. Ist die erste Folge des Tages, die ich gerade aufnehme. Ich muss sie alle töten. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders, Freunde. Das Gesetz sagt, ich muss es tun. So. Okay, alles gut wieder. Alles gut wieder. Schau doch hier irgendwo. Na, kommst du? Ja. Yeah, Baby! Waren das alle? Aber warum hab ich jetzt eigentlich vorhin... Ich hab versucht, drauf zu achten, war... Wo meine Spur... Wo meine eigene Spur ist. Wegen den Hunden. Aber ich konnte sie nicht sehen auf dem Boden, den Streifen, wo meine Spur ist. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Warum konnte ich das nicht sehen? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich alles war. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal looten. Looten, looten. Und du sollst bluten. Looten, looten. Und du sollst bluten. Looten, looten. Und er soll bluten. Du mieses Schwein. Muss man aber mal sagen, es war echt krass. Gebe ich gerne zu. Es war wirklich knapp. Okay. Das war halt das Gute. Du konntest die Pfeile wieder... ...wieder aufsammeln, weil ich einfach nichts getroffen hab. So. Ja, mit dem ganzen Zeug. Erstmal die ganzen Häuser abchecken, Freunde. Ach ja. Ach ja, ach ja. Ich weiß jetzt nicht. Sie hatten jetzt noch nicht unbedingt direkt gesagt, hier sind keine mehr. Ich hab gar nicht gedacht, dass es so viele sind, Alter. Aber es ist halt der... Wie gesagt, der Anfang war schon verkackt. Es wäre natürlich besser gewesen, hätten wir das jetzt Stealth gemacht. Aber... Egal. Egal. Bisschen Nervenkitzel muss ja auch sein. So, warte mal, kann ich auch meine... ...meine Bomben wieder einsammeln? Und es ist echt scheiße, dass du die nicht werfen kannst, war? Nur diese Schockbomben. Ich hab keinen Bock... ...kein Bock auf diese scheiß Schockbomben. Kein Bock auf die Schockbomben. Schockbomben. Die sind weg. Ne, hier liegen sie. Ich hab das vorhin voll falsch eingeschätzt, dass dieses Fenster hier einfach auf der normalen Laufebene ist. Ich dachte, hey, was? Die kommen hier übers Dach, Alter. Naja. Egal. Ähm... Hm. So. Ne, dann verbessern wir erstmal die Machete. Kann dann nicht schaden. Pfeiler haben wir ja noch ein paar. So, hier vorne das Haus abcheckt. Hier rechts, wo der rausgekommen ist. Ah-ha. Ich dachte da was. Nein, du... Oh, mein Gott! Biss! Oh, Gott! Hier sind ja doch noch welche Na, was machst du? Na, was machst du jetzt? Ja, okay Ja, ich steh hier noch Alter, wie viele sind denn das? Mach heten, Johnny Mach heten, Johnny So Können wir eigentlich hier Lauschmodus Ja, das ist ganz gut Aktuell Dann haben wir Atem erhalten Das ist, glaube ich, auch ganz gut für den Bogen Mehr Pfeile, warte mal Ach, ich wollte doch das hier hoch Ach, egal, scheiß auf Ich komme die ganze Zeit durcheinander mit den Ach hier, Jacke, da habe ich ja noch einige Schuss So, Freunde Alles ist cool Alles ist doch cool Alles ist in Ordnung Ich schätze mal, hier geht's weiter Naja, doch, doch, doch Da geht's weiter Wenn ich da runterrutsche Können wir nicht mehr zurück Das ist halt das Coole Weißt du, du kannst dich auch einfach bis hierhin durchschleichen Du kannst bis hier hinten wahrscheinlich auch einfach durchrennen Das ist ganz geil Aha So, in dem Haus war ich ja schon Gibt's hier auf der Seite auch noch Häuser, die ich untersuchen kann? Ist das hier ein Zirkuszelt oder was? Waren wir hier schon drin? Ich glaube nicht Ach man ey, gib mir noch ein paar mehr Pillen und mehr Schrottteile und so Das ist das Wichtige Und mehr Munition Wie du siehst, brauche ich sie Ja gut, ich glaube jetzt haben wir so gut wie alles Schätze ich jetzt einfach mal Auf jeden Fall einiges Einiges haben wir eingesammelt Also Weiter geht's Okay Ich nehme alles zurück Alter Gut, dass ich hier Ich dachte nämlich, das wäre die Garage Gut, dass ich hier reingelatscht bin Schrott will ich auf jeden Fall nicht übersehen Waren wir hier noch gar nicht in dem Haus? Hä? Doch, hier war ich doch Hier bin ich doch oben fast verreckt Ich bin nur einfach nicht in die Garage gegangen Okay Let's go, let's go, let's go Schauen wir uns hier mal um Warum holen Sie so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der scheiß Schule und dem TV-Sender Ich dachte, das waren Stars Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen Nicht nachlässig werden What? Okay Komm, 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 komm Mach sie doch weg, mach sie doch weg, Alter Komm, 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 komm Mach doch Okay Alter, das dauert ewig, bis sie die absticht, Alter Zack, zack So muss es gehen Wie beim Sex Bam, bam Fertig Waren es echt nur die drei jetzt? Die anderen sind weitergelaufen, war Ja Jo, genau Okay Okay Schnell rein Wo ist Tommy, Alter? Oder ist es überhaupt Tommy? Vielleicht ist es auch der, äh, ich hab seinen Namen vergessen, der Asiate halt Oh, was? Hä, was? Was? Was ist jetzt los? Na, na, hallo? Oh, klettert doch einfach fucking nochmal drüber! Scheiße Ich stell mich aber auch gerade an Bahnen, Junge! Jetzt mach ich ernst, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei Ihr habt den Tiger geweckt, Junge Du Schwein hast mich entdeckt, wa? Ja, heul ruhig, heul ruhig! Alter Schwede Ey, das ist so frustrierend und abfuckend Aber ist natürlich normal Aber es ist, es fuckt so ab Wenn du jemanden siehst, du willst auf den Zurennen, er schießt dich an Du schreckst zurück Muss dann Muss dann niesen, Alter Das ist scheiße Vielen Dank an alle, die es wieder schreiben Ey, jetzt ein Glück hab ich bald endlich mal einen Allergie-Test Wolltest du eigentlich schon vor Wochen machen, aber wegen der C-Virus-Zeit Durfte ich das nicht Ich krieg ständig irgendwelche Niesanfälle, Alter Muss irgendwie, irgendwas muss ich haben Ist ja nicht mehr normal Obwohl es jetzt ein normaler Nieser war Aber manchmal krieg ich einfach so heftige Niesanfälle, dass ich da sechs, siebenmal hintereinander einfach wegniese Als wenn, wenn gleich das Hirn rausfließt Vielleicht bin ich deswegen manchmal ein bisschen dumm, keine Ahnung So Müssen wir hier lang, hier rüber Oh mein Gott, mein Aim ist aber auch komplett Schrott, oder? Da gibt es keine Gnade, da wird auch die Kugel nicht gespart, Freunde Ey, was ist denn hier los, Alter? Das muss alles genutzt werden, was wir haben, ey Oh Gott, dumm Wer schießt mich wieder an? Wo ist die Sau? Ey, mein Aim ist voll für den Arsch, heute Alter, was geht hier ab, ey Kurz hoch rein Was ist denn hier los, Alter? Was ist das für ein brutaler Schnitt Heiliger Bim-Bam Ey, die Musik peitsche ich aber auch an, dass man so aggressiv da reinrennt Basie, nee, lieber Axt Okay, Freunde, okay, Freunde Wir beruhigen uns jetzt erstmal alle Wir beruhigen uns jetzt erstmal alle Wir sammeln hier kurz die Munition ein Laden jetzt schon mal nach Und hören uns dann gerne beim nächsten Mal, Freunde Denn an der Stelle endet die Folge jetzt erstmal Wir haben noch drei Pfeile Ja, wie gesagt, wenn ich mich nicht so dumm anstellen würde Wäre das jetzt auch nicht so schwer, glaube ich Wir kriegen es am Surin Wir machen aber erstmal hier Schluss Wir hören uns gerne beim nächsten Mal Bewerten und Kommentieren nicht vergessen Ihr kennt das Ganze, Freunde Und ansonsten Bei der nächsten Folge einschalten Haut rein Tschüss